Musik Ein weiteres Spiel, was wir jetzt für euch zu verlosen haben, ist jetzt natürlich eins, was ich nicht in der Hand halte, ist diese Sache kennt ihr schon. Wir haben 500 Premium für Forge, da haben wir noch ein bisschen was über, sechs Stück haben wir davon noch über, also macht da fleißig mal mit, für Forge 500 Premium ist wirklich eine Leichtigkeit das zu gewinnen, also macht wirklich mal mit, es lohnt sich für Forge, also Forge of Empire, so heißt es ja, dann könnt ihr das Ganze gewinnen. Macht mit, es lohnt sich, wie gewohnt, ein Kommentar unter advent.ibnmcv.de schreiben oder natürlich auch unter YouTube und schon könnt ihr diese 500 Premium für Forge of Empire gewinnen. Es lohnt sich wirklich teilzunehmen, denn es sind wirklich die letzten Preise von unserem Adventskalender 2014, die müssen noch raus, die können hier nicht ein ganzes Jahr liegen bleiben, das geht einfach nicht. In diesem Sinne, jetzt geht's los und viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.